Herr Süß, Sie haben in Ihrem Vortrag Willy Brandts Forderung, mehr Demokratie zu wagen, vor dem Hintergrund der Debatten um den Demokratiebegriff, die vorher schon stattgefunden haben, als eher verhaltene Formulierungen bezeichnet. Wie kommen Sie zu dem Schluss? Verhalten, deshalb, weil sie in gewisser Weise Debatten widerspiegelt, die schon deutlich länger innerhalb der Sozialdemokratie diskutiert werden, deutlich früher, zum Teil auch deutlich intensiver, auch von anderen wichtigen Sozialdemokraten, wie beispielsweise Waldemar von Nüringen, einem Sozialdemokraten, der mal auch stellvertretender Parteivorsitzender war, aber inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Dieses Verhalten ist vielleicht etwas, wie Sie mal sagen, Verhalten insofern, als dass er im Vergleich zu den intensiven Debatten innerhalb der Sozialdemokratie, der auch der 60er Jahre gar nicht besonders radikale Forderungen, gar kein besonders radikales Programm aufgestellt hat, so wie das in der Wahrnehmung der Regierungserklärung dann in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Deswegen Verhalten. Also es gab im Vorfeld und auch währenddessen radikalere Forderungen in Bezug auf mehr Demokratie. Gab es eine Situation oder musste die repräsentative Demokratie tatsächlich verteidigt werden an der Stelle oder wurde sie ernsthaft in Frage gestellt? Innerhalb der Debatten in den 60er Jahren, aber auch vor allen Dingen um 68, 69, gab es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eigentlich die bundesrepublikanische Demokratie ausgestaltet werden soll. Insbesondere herausgefordert durch die Studentenbewegung und aber auch noch eine ganze Reihe an Mythologen, Studierende, Intellektuelle, die mit dem bestehenden repräsentativen Modell unzufrieden war, weil es eine zu starke Dominanz der Parteien und zu wenig Mitsprache durch die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure, würden wir heute sagen, bedeutet hatte. Jedenfalls in der Wahrnehmung der verschiedenen Vertreter. Sie plädieren auch dafür, bei der Umsetzung der Forderung, mehr Demokratie zu wagen, auf die Kommunen und die Kommunalpolitik zu schauen. Was sehen wir da, was wir vielleicht nicht sehen, wenn wir nur auf die High Politics blicken? Wir sehen dort vor allen Dingen, wie unterschiedlich diese Forderung nach mehr Demokratie wagen aufgenommen worden ist. Das heißt also, es gab intensive in den Kommunen, intensive Debatten darüber in den sozialdemokratischen Ortsvereinen, in den Parteigliederungen darüber, was denn eigentlich jetzt nun genau es bedeutet, künftig mehr Demokratie zu wagen. Bedeutet es beispielsweise, dass die Parteien selber die Mandatsträger kontrollieren, womöglich auch Funktionsträger in den kommunalen Behörden absetzen können? Eine Forderung, die weit, sehr weitgehend ist und deutlich über das hinausging, was bisher in der repräsentativen Demokratie vorgesehen war. Oder eben andere Modelle, die stärker auf den repräsentativen Charakter abziehten. Letzte kurze Frage. Kommunalpolitik, Familienpolitik und dergleichen galt noch lange Zeit später als Gedöns. Schwelt der Konflikt weiter? Wir sehen dort vor allen Dingen, wie unterschiedlich diese Forderung nach mehr Demokratie wagen aufgenommen worden ist. Das heißt also, es gab intensive in den Kommunen, intensive Debatten darüber in den sozialdemokratischen Ortsvereinen, in den Parteigliederungen darüber, was denn eigentlich jetzt nun genau es bedeutet, künftig mehr Demokratie zu wagen. Bedeutet es beispielsweise, dass die Parteien selber die Mandatsträger kontrollieren, womöglich auch Funktionsträger in den kommunalen Behörden absetzen können? Eine Forderung, die sehr weitgehend ist und deutlich über das hinausging, was bisher in der repräsentativen Demokratie vorgesehen war. Oder eben andere Modelle, die stärker auf den repräsentativen Charakter abziehten.